BSV-TV aus dem Hexenkessel der Sporthalle, Karl Miele, Berufskollegin Gütersloh. Nach dem Spiel gegen TTV-Lage, Ergebnis haben wir gerade gesehen, Björn Brust, unser Mannschaftskapitän, ein Fazit zum emotional starken, aufwühlenden Spiel. War ein schönes Spiel, war ein zu klares Ergebnis, war endlich mal Stimmung. Es ist ungefähr so wahrscheinlich, als wenn wir dann in Abendel spielen, was uns da erwartet. Nein, war ein gutes Spiel von allen wieder, Mannschaftsleitung, super. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Spitzenreiter weiterhin, alles gut. Ja, 12 zu 0 Punkte jetzt in der Tabelle, allerlei Liga Tabellenführer, ungeschlagen, noch kein Punkt abgegeben. Wo geht es hin? Ich hoffe, noch eine Liga höher. Das war jetzt der 51. Sieg in Folge. Und ja, mal gucken, wer uns mal schlagen kann. Aber wahrscheinlich sind alle heiß. Die Hase-Winkler waren auch gerade schon da. Nächstes Spiel in Hase-Winkel. Ja, wir werden sehen. Das nächste Spiel ist in? Ja, Hase-Winkel, wie gesagt. Ja, dann ein kleines Derby wieder, Kreis-Derby. Dann sehen wir uns dort wieder und bedanken uns für das Interview nach dem Motto. Und nach dem Spiel ist? Vor dem Spiel. Ja.